Bei Placeloop handelt es sich um eine revolutionäre Plattform, die Ihnen bei ihren Aktivitäten auf den sozialen Medien Verschiedenes ermöglicht. Zum einen gibt es einen Bereich mit Foto- und Videodokument, in dem Sie von uns zur Verfügung gestellte Inhalte finden. Vorlagen, Packshots, Banners und anderes, um Ihre Website oder Ihre Newsletter zu schmücken. Dann gibt es einen anderen Bereich, Post Instagram, in dem wir für Sie personalisierte Posts mit einem Bild oder einem Video, der sogar den vorgefertigten Text mit den Namen Ihres Salons und Ihren Kontaktdaten mit sich bringt. Den gleichen Bereich finden Sie auch für Facebook, wo Sie auch hier formulierte und personalisierte Posts finden. Sie müssen dann einfach nur auf Teilen klicken, um die Inhalte direkt oder an einem Wunschdatum zu posten. Schließlich finden Sie auch Links zu unseren Plattformen Access und LPS, wo Sie unter der Rubrik Unterstützung Videotutorials finden, die Ihnen helfen, Ihr neues Tool leicht in Betrieb zu nehmen. Jetzt sind Sie an der Reihe. Scannen Sie den QR-Code und besuchen Sie uns nach der Aktivierung Ihres Accounts auf der KeraStars PlaySloop-Seite. Bis bald und bis zum nächsten Mal!